Hallo Modelleisenbahnfreunde, in diesem Film zeige ich euch die Reparatur eines Märklin Schienenbus VT95.9. Die Bestellnummer von Märklin war 3016 für den Motorwagen und 4018 für den Beiwagen. Dieses Modell hier habe ich gebraucht gekauft und musste dann leider feststellen, dass der Motor nicht läuft. Allerdings die Innenbeleuchtung funktioniert an beiden Fahrzeugen einwandfrei. Was mir jetzt allerdings nicht gefällt ist, dass bei dem Beiwagen das Schlusslicht auf beiden Seiten leuchtet und beim Motorwagen das Spitzenlicht auf beiden Seiten. Und darum habe ich mich dafür entschieden LEDs einzubauen. Anfangen werde ich mit dem Beiwagen und zum Öffnen brauche ich nur unten diese eine Schraube rauszudrehen und dann kann ich schon das Chassis von der Karosserie drin. Wie man hier jetzt sieht, ist nur eine Glühbirne verbaut, die das Innere beleuchtet und die Schlusslichter vorne und hinten. Und diese eine Glühbirne ersetzt sich durch insgesamt 5 LEDs. Um LEDs als Schlusslichter einbauen zu können, muss ich erstmal die Attrappen hier ausbauen und die kann man ganz einfach mit einem Schraubenzieher nach innen rausdrücken. Dazu nehme ich einen passenden Schraubenzieher, setze den auf das Schlusslicht auf und drücke dann das Schlusslicht vorsichtig nach innen. Und immer darauf achten, dass man nicht zu feste drückt, damit die Karosserie nicht kaputt geht. Die erste Attrappe ist draußen, jetzt folgt noch die zweite und dann habe ich zwei schöne Öffnungen, um LEDs einzubauen. Für die Rücklichter nehme ich zwei 3 mm LEDs diffusrot. Dazu kommen dann noch zwei Vorwiderstände von je 820 Ohm und als erstes gehe ich jetzt hin und löte die Widerstände an die LEDs. Nachdem das erledigt ist, nehme ich Sekundenkleber, mache am unteren Ende um das LED Sekundenkleber und stecke dann das LED durch die Öffnung. Und dabei achte ich darauf, dass die LED nicht zu weit nach außen rausragt. Es soll am Schluss genauso aussehen wie vorher. Hier ist die erste LED eingeklebt. So sieht das jetzt momentan aus. Jetzt fehlt noch die zweite LED. Und so sieht die Karosserie von innen aus. Hier von außen mit den LEDs. Und wenn ich die Karosserie mal rumdrehe, sieht man wie es ursprünglich ausgesehen hat. Jetzt muss ich noch die Anschlussbeinchen zusammen löten. Dann kommt noch ein Kabel dran und danach kann ich das mit einer 9V Batterie testen. So sieht es aus, wenn es leuchtet. Finde ich schon mal ganz gut. Allerdings, wenn jetzt die Innenbeleuchtung noch dazu kommt, würden auf der anderen Seite die roten Lichter wieder leuchten und darum werden die von innen abgeklebt. Zum Abdecken der Rücklichter nehme ich Klebeband. Man kann auch Isolierband nehmen, was man gerade zur Hand hat. Und um ganz sicher zu gehen, dass da nichts durchleuchtet, male ich das Klebeband noch schwarz an. Dann kommen wir jetzt zum Chassis. Die Glühbirne muss ich jetzt hier raus. Da die analoge Märklinbahn mit Wechselstrom fährt, die LEDs aber mit Gleichstrom betrieben werden, brauchen wir einen Gleichrichter. Und hier in der Zeichnung seht ihr den Aufbau meines Gleichrichters. Dazu nehme ich hier einen Gleichrichter, einen SMD Gleichrichter, einen Kondensator mit 100 Mikro und 25 Volt, zwei grüne Kabel, ein rotes und ein braunes Kabel. Grüne Kabel für Wechselstromeingang, rot und braun für Gleichstromausgang. Und so sieht mein Gleichrichter fertig aufgebaut aus. Hier oben ist der SMD Gleichrichter, auf der Rückseite ist der Kondensator, dann die zwei grünen Kabel für den Wechselstromeingang und ein braunes und ein rotes Kabel für den Gleichstromausgang. Als nächstes werde ich jetzt hingehen und werde die grünen Kabel an die Glühbirnenfassung anlöten. Ein Kabel kommt genau in die Mitte und eins kommt außen an die Fassung. Hier habe ich wieder die Karosserie und wie man sieht, ich habe die Innenbeleuchtung angebracht. Das ist so ein Streifen mit drei SMD-LEDs, der schon fertig aufgebaut ist. Und die Anschlüsse von diesem LED-Streifen habe ich mit den Schlusslichtern verbunden, sodass ich nur noch zwei Kabel habe, die ich an den Gleichrichter anlöten muss. Die Kabel sind angelötet, dort kommt jetzt noch Schrumpfschlauch drüber zur Isolation und dann ist der erste Teil schon fertig, der Beiwagen ist jetzt mit LEDs ausgerüstet. Und so sieht der umgebaute Beiwagen jetzt aus. Unten auf dem Chassis sieht man den Gleichrichter. Im Inneren der Karosserie sind drei SMD-LEDs verbaut für die Innenbeleuchtung und zwei rote 3mm-LEDs für die Schlusslichter. Und jetzt kann ich den Beiwagen wieder zusammenschrauben. Dann komme ich jetzt zum Motorwagen. Für den Motorwagen habe ich mir eine Ersatzteile-Liste ausgedruckt, bei der man auf der einen Seite den zerlegten Schienenbus sieht und auf der anderen Seite sind die Ersatzteile mit den Bestellnummern. Um die Karosserie jetzt abheben zu können, muss ich hier oben diese eine Schraube lösen. So, jetzt wo die Schraube draußen ist, kann ich die Karosserie abheben und die sieht von innen aus genau wie die von dem Beiwagen. Ist nicht viel dran. Hier habe ich das Chassis mit dem Motor, dem Umschalter und den beiden Glühlampen. Bevor ich mich jetzt dem defekten Motor widme, gehe ich hin und ersetze die Glühlampen gegen LEDs. Dafür habe ich hier drei weiße 3mm-LEDs für das Spitzenlicht mit passendem Vorwiderstand und für die Innenbeleuchtung nehme ich wieder SMD-LEDs. Als erstes gehe ich hin und löte die Vorwiderstände an die LEDs. Danach ist die Vorgehensweise dieselbe wie bei dem Beiwagen. Ich nehme hier einen Schraubenzieher und entferne die Attrappen aus der Karosserie. So, die erste ist draußen, fehlen noch zwei. Und ohne die Attrappen sieht die Karosserie dann so aus. Und jetzt kann ich hingehen, nehme Sekundenkleber. Den mache ich einmal rings um die LED und dann kann ich die LED in die Karosserie einkleben. Und dabei werde ich wieder darauf achten, dass die LED nicht so weit raus steht, dass sie möglichst bündig mit der Karosserie ist. Die erste LED ist eingeklebt, fehlen noch zwei. So sieht die Karosserie jetzt aus mit dem neuen Spitzenlicht. Hier sind die drei LEDs drin. Auf der Rückseite sieht man die abgeklebten Attrappen. Und hier von innen seht ihr, ich habe die Anschlüsse schon zusammengelötet und habe Kabel dran gemacht. Dann gehe ich als nächstes hin, nehme mir eine 9 Volt Batterie und teste die LEDs. Ich habe im Vorfeld schon ausprobiert, dass die LEDs auch funktionieren. Der Test hier zeigt mir nur, ob ich alle drei LEDs richtig zusammengelötet habe. Und hier habe ich einen Gleichrichter, der ist genauso aufgebaut wie der Gleichrichter in dem Beiwagen. Ein SMD Gleichrichter, ein Kondensator, zwei grüne Kabel, ein rotes Kabel, ein braunes Kabel. Dann habe ich hier einen LED Stripe mit drei SMD LEDs für die Innenbeleuchtung. Allerdings kann ich diesen LED Stripe nicht so benutzen wie den von dem Beiwagen. Und in der Mitte von der Karosserie das Loch ist für die Befestigungsschraube. Und darum gehe ich hin und schneide den LED Stripe auseinander und verbinde die zwei Teile wieder mit Kabel. Das Ergebnis seht ihr hier und dieser Stripe wird jetzt in die Karosserie eingeklebt. Wem jetzt aufgefallen ist, dass genau in der Mitte ein LED fehlt, dem sei gesagt, genau da ist der Motor und da ist eh wenig Platz. Außerdem würde der Motor das Licht eh verdecken. So, die LEDs sind eingebaut. Drei 3 mm LEDs fürs Spitzenlicht und drei SMD LEDs für die Innenbeleuchtung. Jetzt mache ich weiter mit dem Chassis bzw. mit dem defekten Motor. Als erstes muss ich mal schauen, ob man von außen sieht, warum der Motor nicht läuft, was dran defekt ist. Und ich glaube, ich habe hier schon was gefunden. An dem Motorschild sind zwei Federn verbaut. Eine für die Drahtbürste und eine für die Kohlebürste. Und die Andruckfeder für die Kohlebürste fehlt, die ist wohl abgebrochen. Da ich den Collector von dem Motor sowieso reinigen will, löte ich jetzt hier gleich die Kabel vom Motorschild ab. Einmal hier das gelbe Kabel, was zur Lampenfassung geht. Und die UKW Drossel. Danach löse ich mal die zwei Schrauben. Manchmal hat man ja das Glück und man kann das Motorschild einfach zur Seite drehen. Dann kann ich mir das Ablöten der anderen Kabel sparen. Also in dem Fall funktioniert das Rüberklappen des Motorschilds nicht. Ich muss jetzt das Kabel noch ablöten und den Kondensator. So, und dann kann ich jetzt den Motor auseinander nehmen. Zuerst entferne ich hier den Kondensator. Dann das Motorschild. Und zerlegt sie das Ganze dann so aus. Hier habe ich den Collector. Ja, der hat es nötig gereinigt zu werden. Und hier ist das Motorschild mit der defekten Feder. Um diese Feder auszutauschen, muss man einfach hier oben das Messing ein bisschen zur Seite drücken. Also diese Halterung. Und dann kann man die Feder zur Seite rausnehmen. Ersatz findet man noch online. Entweder die Feder an sich als Ersatzteil oder man besorgt sich ein Motorschild. Und dabei braucht es nicht mal das passende Motorschild zu sein, weil man ja wie gesehen die Feder einfach austauschen kann. Dann komme ich jetzt zum Reinigen von dem Collector. Und dazu benutze ich eine Drahtbürste, die ich in meinen Dremel eingespannt habe. Man kann auch ein ganz feines Schleifpapier benutzen. Damit ihr seht wie gut das mit dem Dremel hier funktioniert, schleife ich nur mal ein Drittel von dem Collector sauber. Das Ergebnis seht ihr hier. Das funktioniert wunderbar. Und jetzt mache ich noch die anderen beiden Flächen sauber. Und danach sieht der Collector aus wie neu. Na ja, fast wie neu. Da ich den Motor eh schon zerlegt habe, kann ich auch den Antrieb reinigen. Also die Zahnräder. Und dazu benutze ich hier dieses Caramba. Man kann auch Waschbenzin benutzen, was man gerade zur Hand hat. Von dem Caramba mache ich jetzt zwei, drei Tropfen auf die Zahnräder. Und dann drehe ich die Antriebsräder so lange, bis sich das Getriebe ganz leicht bewegen lässt. Das Drehen an den Antriebsrädern, wenn der Motor eingebaut ist, sollte man tunlichst vermeiden, da dadurch die Zahnräder im Inneren der Lok beschädigt werden können. So, bevor ich den Motor jetzt wieder zusammenbaue, nehme ich mir ein sehr saugstarkes Tuch und reinige die Zahnräder im Inneren von dem Schienenbus. Nach dem Reinigen der Antriebszahnräder geht es dann wieder ans Zusammenbauen des Motors. Anfangen werde ich dann mit dem Einsetzen der Feldspule. Danach kommt der Collector dran. Dann setze ich das Motorschild auf. Das wird dann auch gleich festgeschraubt. Danach müssen noch alle Kabel angelötet werden. Dann setze ich noch die Kohlebürste und die Drahtbürste ein. Und dann werde ich erstmal testen, ob der Schienenbus jetzt wieder fährt oder ob es noch mehr Probleme gibt. So, jetzt bin ich hier in meiner Teststrecke. Jetzt stelle ich das Chassis auf die Gleise und dann mal schauen, was passiert. Und siehe da es fährt. Da war die abgebrochene Feder an dem Motorschild doch das einzige Problem, was der Motor hatte. Vorwärts geht. Rückwärts geht. Und das Reinigen hat offenbar auch was gebracht. Wenn man sieht, wie schön langsam der Schienenbus jetzt unterwegs ist, dann sollte man nicht meinen, dass dieser Triebwagen fast 40 Jahre alt ist. Aha, wir haben noch einen Zuschauer. Mein Tiger will wissen, was ich hier treibe. Das ist jetzt auch, was ich hier treibe. So habe ich auch hier. So. 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 So, genug gespielt, jetzt muss ich den Schienenbus mal fertig bauen und zuerst gehe ich hin und entferne die Glühbirnen. Um die Glühbirnen auszubauen, muss ich die Klammern um die Fassung entfernen und dann kann ich die Birnen schon rausdrehen. Ich habe mir noch eine kleine Änderung überlegt, was die Beleuchtung angeht. Ich werde die Beleuchtung vom Motorwagen an den Beiwagen anschließen. Das hat zwei Vorteile. Zum einen, ich spare mir einen Gleichrichter und zum anderen, wenn der Schienenbus an einem Haltzeichen-Signal zum Stehen kommt, würde ja normalerweise wegen dem stromlosen Abschnitt auch die Beleuchtung ausgehen. Wenn ich aber die Beleuchtung an den Beiwagen anschließe, der außerhalb von dem stromlosen Abschnitt steht, bleibt die Beleuchtung an. Und das wäre ja schon fast so wie beim digitalen Fahren. Allerdings nur fast. Einen Nachteil hat das, der Beiwagen muss dauerhaft mit dem Motorwagen verbunden bleiben. So, die Glühbirnen sind ausgebaut und wie man hier sieht, ich habe die Anschlusskabel für die Beleuchtung in der Karosserie geändert. Ich habe ein kleines 3 mm Loch neben das Kuppel gebohrt und dort die Kabel nach außen geführt. Jetzt kann ich die Karosserie wieder aufsetzen und festschrauben. Dann muss ich leider nochmal den Beiwagen umbauen. Umbauen in Anführungsstrichen. Ich muss den Gleichrichter nochmal von der Beleuchtung trennen. Dann bekommt die Karosserie von dem Beiwagen ebenfalls ein 3 mm Loch. Dort werden die Kabel vom Motorwagen reingeführt, dann mit der Innenbeleuchtung vom Beiwagen verbunden und dann kann ich den Gleichrichter wieder anschließen. Hier bin ich jetzt gerade dabei, die Anschlusskabel der Beleuchtung von den zwei Wagen zu verbinden. Jetzt noch den Gleichrichter wieder anlöten, dann die Lötstellen isolieren und dann ist es eigentlich fertig. Gleichrichter ist angelötet, Schrumpfschlauch ist drüber gezogen. Der wird jetzt noch erhitzt, damit er schrumpelt. So, jetzt ist alles fertig verkabelt. Jetzt kann ich den Beiwagen wieder zuschrauben und dann geht es zum Test. Jetzt bin ich hier wieder an meiner Teststrecke und setze den Schienenbus auf die Gleise. Und jetzt mal sehen, was passiert, wenn ich den Regler aufdrehe. Ja wunderbar, die Beleuchtung funktioniert, Schlusslicht funktioniert und das Spitzenlicht funktioniert ebenso. Und jetzt mal schauen, was er macht, wenn er am Haltzeichen den Signal zum Stehen kommt. Die Beleuchtung ist weiterhin an, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt stelle ich das Signal auf HP2 und der Schienenbus kann weiterfahren. Wie gesagt, ein Nachteil hat das Ganze, der Beiwagen muss jetzt dauerhaft an dem Motorwagen dranbleiben. Ist aber vielleicht auch eine Alternative für diejenigen, die feste Zuggarnikuren haben. Da könnte man sich überlegen, das Spitzenlicht der Lok mit der Stromversorgung vom ersten Wagen hinter der Lok zu verbinden. Ich arbeite mich überlegen, ob ich aus der Leuchtung am Faktes zurückgehen muss. Behandelt geht nicht wieder. Alles muss Она gefährlich sind, Kontakt zu berühren. Obwohl wir Sie 이미 erwarten sehen! dass sie seine Existen € vorstätig ist. Was ist zum Beispiel der Lokkarte für den Rahmen des steeds cheims conspiracy? Wie sagdel emblem? Hier seht ihr meinen Schienenbus nochmal von der Seite. Man erkennt die beiden Kabel, die Stromversorgung für die Beleuchtung und wenn ich jetzt etwas ran zoome, seht ihr, dass die Kuppel mit einem Kupferring verbunden sind. Das hat den Hintergrund, ich habe ein baugleiches Modell und wenn ich das auf meiner Anlage habe fahren lassen, ist der Beiwagen jedes Mal auf der Weiche entgleist. Beim langsamen drüberfahren über die Weiche hat man gesehen, dass der Beiwagen immer erst anfängt zu kippen und dann aus dem Gleis springt. Da hat also das Kuppel zu wenig Spiel und darum dieser Kupferring. Ist vielleicht nicht die feine englische Art, aber so funktioniert das ganze einwandfrei. Jetzt zurück zu meinem Schienenbus. Ich finde es ja immer noch faszinierend, wie langsam man den fahren lassen kann. Da hat sich die Reinigung und die Reparatur wirklich gelohnt. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschau! 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 Musik Vielen Dank.